Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Projekte nicht nur auf dem Papier entstehen, sondern dass diese auch praxisgerecht eingesetzt werden. Mein Name ist Andreas Burkhardt. Ich habe 37 Jahre lang bei der Küster Holding den Bereich der technischen IT begleitet, dort die CAD-Abteilung aufgebaut, war verantwortlich, unter anderem auch als PDM-Projektleiter für den Bereich Produkt-Datenaustausch, Projektmanagement, Produktmanagement. Für mich hat die Faszination mit dem PC mit der Erstausbildung im Jahr 1986 begonnen mit dem CAD-System KETI, damals noch lauffähig unter MS-DOS 302. Ich war seit 1996 Mitglied in verschiedenen AGs des Pro-Step-EBIP-Vereins. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zumal die Motivation dahingehend war, mit den anderen Mitgliedern des Pro-Step-EBIP-Vereins und aus den Mitgliedsfirmen heraus einen Standard zu etablieren. der dann über eine SE-Checkliste mündete in die heutige VDA 49.61.4. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an das Projekt PDD-Net, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert wurde und welches heute sicherlich in vielen Unternehmen festgelebt und etabliert ist. Andreas Burkhardt, 40 Jahre im PLM und Still Smiling, der Master der SE-Checkliste. Diese Reckommendation ist wie Sie. Vielen Dank für Ihre Engagement. Without Ihre Beiträge, die Association würde nicht, wo es heute ist. Andreas, meine Gefühle an der Pro-Step-EBIP-Vereinschaft. or come to the club. Andreas joined the Association from the early beginning. Let me talk about one important project he joined and he was very engaged. This is a Simultaneous Engineering Checklist. The usage of this checklist is still creating incredible value and is shortening the time for cooperation of a collaboration significantly. Andreas, it is a pleasure to have you now in the group of the honorary members of Pro-Step-EBIP. Welcome to the club. In unserer Zusammenarbeit habe ich besonders Ihre Kompetenz, Ihr Engagement für die Sache, aber auch Ihre Fairness uns gegenüber als Lieferanten besonders geschätzt. Ganz erstaunlich fand ich immer Ihre besondere Fähigkeit, sich Zahlen und Daten merken zu können. Insofern bin ich mir sicher, dass Sie diesen Tag stets in guter Erinnerung haben werden. Herzlichen Glückwunsch zur Ehrenmitgliedschaft im Pro-Step-EBIP-Verein. Ich bin sehr stolz, im Pro-Step-EBIP-Verein als Ehrenmitglied benannt worden zu sein und freue mich, nach 47,5 Berufsjahren mit in diesen elitären Kreis aufgenommen worden zu sein. Ich bin sehr stolz,